Es ist ein neuestem Video da und ein neues Video halt und um was geht dieses Video, um was für uns. Und zwar um meine Winterfavorite. Favourite. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und das erste wäre ab. Das erste wäre jetzt eigentlich nicht für den Winter gedacht, aber einfach egal was es ist, halt einfach mein Winterfavorite. Das war das hier. Weil ich finde es einfach gut und es pflegt ziemlich gut und es hat so einen schönen dosierten, ja, Pump-Ding da. Pump-Spender und es ist richtig gut. Und es pflegt gut und es ist auch weich und zart und so. Zeug und halt, ja. Es riecht, was ich gedacht habe. Oh, ich liebe es. Riecht ein bisschen abgefahren. Und wäre der erste Fall und der zweite wäre dann... Wartet. Ich glaube, es wird ein normales, also nicht Winterfavorite, sondern einfach allgemein Favorite. Der zweite Favorite wäre das Trocken-Shampoo. Das ist super. Also für mich, um genau zu sein... Ja, richtig. So. Scheiße. Um genau zu sein, geht es eigentlich ziemlich nach irgendwas anderem. Also es ist nicht gerade nach Shampoo. Wo mein Nagel tut mir das auch. Und... Es ist halt einfach nicht irgendwie... Es riecht nicht ganz besonders oder so. Es riecht eher nach... Hasbro, finde ich. Mhm. Ich finde auch nach Hasbro irgendwie. Ja, nach Hasbro. Ein bisschen nach... was früher schon. Aber ich finde, wenn ihr das macht, zeige ich das mal hier hin. So richtig. Und dann so macht... Jetzt wartet ganz kurz. Der Vergleich... warte ich. Also man merkt... Also ich finde mal den folgenden Unterschied. Das ist die Seite, in der ich nichts gemacht habe. Und ich finde, das ist wesentlich besser. Man macht das meistens so nach früh. Man hört auch... Es ist auch schon ein bisschen mehr. Und es kostet, glaube ich, erst beim Preis für 2€ oder so. Ja, 2€. Ich höre gar nicht zu. Und die haben Creme hat durch. Dann kriegt ihr bei K.E.K. Finde ich richtig toll. Und kostet 1€ und ist halt aus Plastik und... Ja, mit der Spahn, um die könnt ihr's jetzt auch bald wieder beim K.E.K. machen. Aber ich finde verdaenditt. Da kann ich euch auch mal ein Exfolio Prote Genie dazu machen. Sind zwar diese Dinger. Und ich gebe euch den Tipp. Ihr könnt, wenn die zu lang sind, auch feine. Ich habe jetzt eigentlich zum Beispiel das hier gemacht. Ich hoff, nein. Das ist da. Dann habe ich dieses... Das ist Leder. Dann habe ich so was gemacht. Das ist nix. Hier. So was hier. Das hier. Und dann sowas hier, dann das hier, das ist das hier, ein M5 Noah, dann das hier, das ist so ein spezieller Nagelack, das ich weiß. Und das hier ist noch ne exklusive Farbe. Das da, und ja, da kann ich auch mal ein exklusives Video machen, das möchte ich auch. Mein zweiter, das gehört wirklich zum Winter, äh, dritter Favorit, gehört auch zum Winter, ist halt das hier. Ja, da kann ich das bestimmt... Was ist das? Das ist ein Taschentuch, das ist da. Also da kann man so Taschentücher reintun. Und ich liebe es einfach, das ist richtig toll und dann, wenn ihr ne Tasche habt und ihr kein Fach habt, dass die dann nicht einfach rumfliehen wird. Und es verschiebt mir doch nochmal. Dann hab ich noch ein Favorit, was eigentlich schon ziemlich alt ist. Aber irgendwie, keine Ahnung, es ist ein Nagellack aus Hella. Also, ja, dazu. Hier sieht es doch an, wie ich nur noch vor wen es drin ist. Und das hat so eine richtig gelartige, weil schaut, wenn ihr das hier so macht, ne, wenn ihr das hier so macht, dann fließt da einfach renn gar nichts runter. Nichts. Niente. Wenn ihr aber den hier, den, diesen Ding hier rausmacht, seht ihr, dass, ich hoffe, ihr seht aus, dass sich das hier so mitzieht. Also, das ist was so richtig krass gelartiges. Richtig krass. Richtig gelartig, finde ich. Und deswegen, das ist ein Favorit von mir, weil das ist eher richtig gut und, ja, ich liebe es. Und deswegen... Und, ja, ich finde es ein richtig guter Favorit. Dann habe ich nochmal ein Zitz-Favorit, wäre das hier. Auch ein ziemlich krass futternagel. Ich kann euch das gleich auf dem Rad zeigen, um es genau zu sein. Ähm, und zwar, wo streicht man das am besten drüber? Ich würde sagen, hier die Ecke. Oh, hier die Ecke. Hier so die Ecke. Ganz gut. Ich streiche das jetzt nochmal ganz kurz hier drüber. Hier, hier, hier. Ob man das hier mal sieht. So, da. Also, ja. Ja. Es ist halt richtig schön. Und er ist auch sehr knallig. Er geht so ins Pinkel über, finde ich. Und, ja. Aber mein Haar kann nerven gerade ein bisschen. Bäh, das ist jetzt. Schau, das sieht voll zuzi aus. Also, ich bin hier die Diva. Ähm, das ist da. Da, 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 da. Also, das ist jetzt noch nicht getrocknet. Das ist ein Ding hier. Der, der Wutte hat. Und deswegen ist es mein Favorit. Weil er auch... Weil er auch... Ich bin da jetzt froh. Nee. Doch. Keine Ahnung. Weil er halt auch äußerst schnell trocknet. Und deswegen ist es so ein Favorit. Und wie gesagt, es ist ein Favorit. Und man kann es auch ganz schön machen, wenn man jetzt da drüber macht. Und dann, ey, mach das so hier. Guckt. So, wartet. Ich mach das jetzt mal mit den Fingern. Weil ich find das auch richtig schön. Wenn man so es macht. So, das sieht richtig toll aus. Das heißt, dass mein Finger halt... Ähm, ja. Das ist halt ein Favorit von mir. Ja, wie ihr seht. Das war mein Favorit-Video. Und schade, dass ich am Anfang Favorit... Winter-Favorit gesagt habe. Weil es eigentlich gar nicht schön. Weil es sind einfach Dinge, die im Alltag Favorit sind. Als ob im Sommer, als ob im Frühling, als ob irgendwas. Und jetzt kommt mein aller, 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 aller Letters-Favorit. Was einfach mein Favorit ist für jede Jahreszeit. Und was einfach richtig toll ist. Und ich würde sagen, dann zeig ich euch das vielleicht mal. Komm her, Favorit! Und dieses Favorit kennt ihr schon. Und dieses Favorit ist auch gewachsen. Und dieses Favorit wird auch, glaube ich, immer mein Favorit bleiben. Und das wäre dieses Zelle-Favorit hier. Okay, ne. Ja, das ist mein Favorit. Und, ja, mein Favorit halt. Und das war mein allerlettes Favorit. Und dieses Favorit ist eigentlich was... Nichts Besonderes. Dass es immer mein Favorit bleibt, weil es halt ein Favorit ist. Und, ja, für alle Fälle, tschau! Jetzt kommt noch ein Video mit dem Nagelack.